So, wir sind jetzt in unserem Hostel in Yodpu angekommen, um Moustache. Guten Morgen! So, hier sitzen wir jetzt auf unserer Terrasse im Frühstück. Sieht doch ganz hübsch aus, oder? Für 5 Euro pro Person genaht kann man nicht meckern. Hier gibt es keine wirklichen Verkehrsregeln. Hier macht einfach jeder, was er will. Also, go for it! Das seht ihr sehr häufig in Asien und Indien. Komm mal her, wir beide müssen kommen. Es ist schon verrückt, wie so ein Symbol unterschiedlich interpretiert werden kann. Das Hakenkreuz ist in Europa oder in unserer westlichen Zivilisation ein Symbol für Nazis. Hier im Hinduismus oder im asiatischen Raum bedeutet das Frieden. Frieden, genau. Und es ist aber auch andersrum, glaube ich. Es ist ein bisschen anders, aber... Es ist nicht ganz anders, es ist irgendwie spiegelverkehrt. Dich, das ist irgendwie spiegelverkehrt. Dich, das ist irgendwie spiegelverkehrt! Vielen Dank. Musik Man kann gar nicht aufhören hier aufzunehmen, denn David ist einfach so begeistert. Hier ist die Stromleitung direkt hinter mir. Es ist querlich, es geht nicht nach Indien fahren. Was passiert? Wuh, 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 wuh! Sieht sich gut. Musik Also hier sieht es auch schon ein bisschen aus wie in Griechenland. Die Stadt gefällt uns richtig gut. Es ist nur ein bisschen schmutziger. Und ein bisschen chaotischer und lauter. Wenn ihr unser Jaipur Video gesehen habt und immer noch nicht abgeschaltet habt und euch das Video anguckt, dann seid ihr genau richtig für Indien. Kommt einfach her, dann erlebt ihr das Ganze. Es ist krass, aber das ist halt einfach Indien. Es raubt einem Kraft. Die ersten zwei Stunden, drei Stunden sind wir echt gut fit und haben Bock. Aber dann ist auch gut. Dann will man wieder ins Hotel oder Hostel. Dann hat man genug. Dann reicht's. Musik Und, gefällt's dir? Ja. Ist richtig da. Ja, hier bekommt man einen guten Eindruck. Wie blau die Stadt ist. Sag's nochmal. Wie blau die Stadt ist. Ja. Wir nehmen euch jetzt mal mit und zeigen, wie das hier funktioniert, wenn man sich ein Ticket kaufen möchte. Regel Nummer eins, geh zum Reservation Office und das versuche jetzt mal zu suchen. Vielleicht kann er uns das sagen. Hello. I'm searching Reservation Office. Reservation Office for train station. There. Hello. Yeah. I'm searching Reservation Office for train station. This way? In this way. Okay. Thank you. Ja jetzt. Reservation Office ist immer so einen halben Kilometer von dem eigentlichen Bahnhof entfernt. I'm searching Reservation Office. Is Reservation Office here? Is this Reservation Office? Immer noch nicht. Was soll das sein? Ist gar nicht so einfach. Reservation Office und rein da jetzt. Hello. Hello. In Indien ist die Bürokratie ganz, ganz schlimm. Alles muss ausgefüllt werden. Das Ticket haben wir jetzt erstmal. Und jetzt müssen wir noch unsere Sitzplätze sichern. Wir brauchen das Bermšak auf. Es ist weg. Wir brauchen das. Wir brauchen das Bermšak auf. Los geht es nur in der South Carolina und wir brauchen das Bermšak auf. Und jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen das Bermšak auf. Ja. Wir brauchen das Bermšak auf. Musik Okay Leute, wir verabschieden uns aus Jodpur und wir sind auch schon auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel, aber wo wir dort sind und wo es weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Video. Spannend! Also einschalten. Wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da, abonniert uns, drückt die Glocke und was es nicht so alles gibt. Und ja, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ja, brav. Macht's gut.